ja ich werde jetzt einfach durchrennen sterb ich, oder? ach was, die achten gar nicht auf mich bestimmt tschüss ihr sterbt und ich auch, toll ok, so klappt das nicht 7 ah, jetzt weiß ich da, aha und so, aha passt nicht, passt nicht und ich hab sie voll gesehen, die Rakete Alter, was ein Asi steht da das seelenruhe und knallt da mich fast mit einer Rakete ab ich kann mich zur seite lehnen, das hab ich auch noch nicht genutzt oh, der sieht nicht ja los, jetzt sieht das hier ja schon ein bisschen leerer aus folgt die mir? äh, ich hoffe es wow wow äh, äh, ne kein Überblick aua wer trefft ihr mich denn? aua schnell da war der schon tot ich lad mal nach, das ist ganz komisches Nachladen das dauert mir viel zu lange ach, Granate oh Gott, wir haben nur noch 2 Minuten ich glaub, das verkacke ich ja, drei Minuten sind over Herr Schatten, wir sind auf dem Weg wir müssen durch ihre Linie brechen auch die Landessoren zerreichen die Flüge runter los, 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 los los, los los, los, los los, los los oh, sterb oh oh Mann oh, Kuschef nein jetzt sind wir wieder hier das ist so ein Scheiß jetzt riech hier rein was ist das? was ist das? Mäusack kann ich nicht kaputt machen, schade ok oh beruhig dich ups sehr schön O6 wir sind gleich da haben aber kaum noch Sprit ihr habt vielleicht drei Minuten bis wir abdrehen mit oder ohne euch, Jungs uber sie laden uns hier zurück wir müssen sofort zur Landessore hey hey guck, du stirb nein was dauert mir so lange nach vorne ich hab nur ah ok kommt die auch her? oh ich hab mich direkt neben der Granate oh ok das reicht knapp mit Kuh nach links lehnen Aua 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 L America so es geht weiter Es ist healing. Wir haben zwei Minuten übernommen. Es geht darum. Ua! Um. Um! Bye! No! Oh! Oh, es geht weg! Oh! Wum! Äh... Aha. Schied. Kommt doch, kommt doch. Ich sterbe wieder, wenn ich hier einfach so durchlaufe. Ja, ich bin schon tot. Oh, ja. Müsste mal nachlaufen. Nein, jetzt... Ich nehmt das wieder hier an. In der Kraftstelle. Es geht nicht rein so, ich baue auf die Böden. Ich baue auf die Böden. So, ihr macht den Rest. Ich hab da auf jetzt keine Post. Hopp. Pups doch mal rüber. Nein, nein, ich baue auf die. Wo geht's denn hier rein? So, kann man das auf, falls ich was mir nicht erklärt? Kann man da gegebenenfalls auch noch? Oh, Raketen. Hier stand grad Raketen hier. Oh, fuck. Sniper hab ich grad eh nicht gebraucht. Oh, cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der Weg hier besser ist. Ich schätz mal nicht. Was war denn das jetzt? Jetzt hab ich auch sowas. Jetzt hab ich auch sowas. Jetzt hab ich auch sowas. Äh. Lol, dann gehen die auch hier. Zumindest... Waaah. Lass mich hier hoch. Wieso kann ich denn da nicht hochgehen? Oh, Mann. Bin ich blöd, ey. Okay. Geh mal hier durch. Ich hab grad irgendwo Muni aufgesammelt. Cool. Oh. Vielleicht ist der Weg doch besser. Aber man muss sich... gut anstellen. Nicht so blöd wie ich. Wenn ich hier nicht hochkomme. Aua, aua. Lass mich. Kanade, Kanade. Ah, Kanade. Ah, Kanade. Ah, Kanade. Wo geh ich denn hier dann? Geh wieder irgendwo. Geh wieder irgendwo. Aber es scheint gar nicht so blöd zu sein, hier lang zu gehen. Oder? Oh, Scheiße. Sie haben mich gesehen. Haha. Ist das vielleicht doch gut? Habe ich irgendwie jemand bei mir? Oh, ne. Doch. Ey, die sind alle hier. Cool. Wie kommt der denn jetzt dahin? Hey, vielleicht war es doch ganz gut, hier lang zu gehen. Kann ich so blöd. Wo muss ich denn überhaupt insgesamt hin? Oh, Moment. Kann ich hier irgendwo auf der Karte? Ne, ich kann nicht genauer gucken. Schade. Was für viele Ziele. Holen sie sich neue Fiele und blablabla. Landerzone. Aber dann ist die auch wo ganz anders. Oh, leh. Du. Ey. Oh, lernt doch mal schnell. Oh Gott, ist doch nicht erschrocken. Kommt mit. Aua, 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 wo? Da. Oh nein. Ich drücke immer aus Gewohnheit dann R und das ist so. Den brauchst du lang zum Nachladen. War hier nicht hin. Geschützt. War mal. Ich hab den Raketen. Ui. Ich bin da jetzt einfach drin, ist mir scheißegal, ob da jetzt Gegner sind oder nicht. Ich möchte das jetzt hinter mich bringen, weil ich mag die Mission nicht. Äh. Ist das hier irgendwo? Leute? Wo ist das? Wo muss ich hin? Oh. Ach. Gehen muss ich. Los. Lass mich. Oh Gott. Oh, renne. Renne. Aua. Oh Gott. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Lass mich rein. Lass mich rein. Oh Gott. Alter. Ich bin da. Ich hab es geschafft. Oh. Oh. Lustig wäre, wenn wir jetzt hier diese Tankstelle in die Luft plagen. Das wäre echt lustig. Ich weiß nicht. Kommt rein. Ich möchte einfach weg. Was ist der denn für ein Trinkstrahl? Und die Meisterschaften rauskommen. Tschüss. Tschüss. Ich hab das nicht. Hier war das nicht. Da war der weiße Braut. Ich bin da. Und so. Waren wir jetzt probiert nicht. Das wäre jetzt lustig gewesen. wir haben es also geschafft jetzt werden uns beide angezeigt wir haben den verdammten wer ist das denn? das heißt wir mal jetzt Jakob den Sohn im Blown Sportanzug ich mache jetzt hier aber erstmal auch wieder einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder bis dann so Leute und schon geht es weiter ach das hatte ich ja schon mal geguckt was habt ihr denn so mit ach kann ich mal stehen bleiben ich renne immer weg ok wir sind jetzt also auf der Suche nach dem Sohn von Imran Sakayev damit wir näher an Imran Sakayev rankommen Busse, dürfen wir damit jetzt fahren? oh ne der Rest folgt ich soll auch folgen, oder? hey ich bin noch rein Soap, also das bin ich ja ach da oben das hat ja super geklappt das hat ja super geklappt das hat ja super geklappt ei ok ich bin jetzt mal schneller machen äh mal nachladen ne ist die komisch wow 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 was ne ihr seht mir ja lustige Leute ähm wo sind hier ein paar Liebner? ach da nicht war da 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 war einer da war einer da war einer hallo da bist du? bist du tot? ja ah der ist tot wo haben wir hier noch welche? mal gucken in welchen mit der Sniper die mag ich ja na komm so na toll wirklich viel Schuss haben wir ja mit der hier nicht nicht alles klar ich tröne mag ich auch nicht die feindlichen Glamotten und löscht die Feuer hat der hier? ah sehr schön hier auch noch eine ja ein bisschen Munition noch sammeln ja nicht viel Zeit also los wo liegen noch welche? ja 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 ja